Raum 4 wirkt sehr aufgeräumt und konzentriert sich auf zwei Werke. Atmosphärisch ist dieser Raum sehr besonders, sehr hell, durchaus beklemmend, ein bisschen wie eine Gummizelle in einer Psychiatrie. Der Raum ist sozusagen die Ruhe vor dem Sturm, der im folgenden großen Saal der Kunsthalle wartet. Klaus Richter zeigt seine Arbeit vor AM, also 4 Uhr nachts. Wir sehen einen Schlaflosen mit maskenhaftem Gesicht, der in seinem Bett liegt, auf seinen Laptop starrt und auf den ersehnten Schlaf wartet. Seine Augen sind weit aufgerissen, der erhoffte Schlaf scheint also noch in weiter Ferne. Diese Situation kennt wohl jeder von uns. Man wacht nachts auf und kann nicht wieder einschlafen. Jeder hat dann so seinen eigenen Trick. Der eine liest, der andere schaut fern, surft im Internet oder checkt seine E-Mails oder trinkt vielleicht auch einfach ein Glas Milch. Klaus Richters Protagonist schaut auf seinem Laptop einen plätschernden Flusslauf zu, ein ausgesprochen einschläferndes Video, unterlegt durch Meditationsmusik. Hinter dieser Arbeit hängt das Stoffbild Einserkandidat von Cosima von Bonin. Es gibt einige Parallelen, wie zum Beispiel der karierte Stoff, der die beiden Werke formal miteinander verbindet. Vor allem scheint der Einserkandidat aber auch so etwas wie das Gegenstück zu Klaus Richters schlaflosem zu sein. Während dieser versucht runterzufahren, schraubt sich der Einserkandidat gerade richtig rauf und scheint vor Ärger in die Luft zu gehen. Cosima von Bonin zitiert hier die Silhouette der Comicfigur Duffy Duck, Gegenspieler von Bugs Bunny und bekannt für seine lispelnde und feuchte Aussprache. Ein Antiheld, den man gerade deshalb ins Herz schließt, weil er das Leben immer gegen sich hat.